meine damen und herren wir sind hier mts classic tss classics angesagt erfahren heute mein sohn diesel triebzug war hier keine oberleitung ist also wir sind hier im bergland kürzer bergland strecke er könnte parken wahrscheinlich guckt erst mal an hier um die um hier alles ändert hier schöne schön aussieht wie die lampen gerne hier woher da ist es bahnhoffs viertel mpv ist er sind okay können wir mal spazieren wir als fußgänger zum zuke laufen einsteigen hallo wir sind hier wir fangen an und zwar wir stecken jetzt den schlüssel rein alles drum drehen und noch mal hier schiff drücken weil das andere version ist hfc steam version system version bisschen licht an für uns mal vor hier eher für die licht an dass wir nicht in dunkel nicht fahren tun aber egal wir machen mal dings jahren das man auch an sagt weil ich finde es irgendwie in ordnung sowieso das abwechseln gegen die erst mal mal die tülle freiger werden das machen wir aus brauchen wir nicht weil das einfach keine auswirkung nicht hat aber ich kann funk anstellen klack angemeldet noch mal eins hohe lösen werde ich sagen naja frohlela er wird zu merken warte mal jetzt gelöst okay auch kurz den sound checken weil ich gleich die motor anschalte weil das hier der motor sound nicht so gut ist wenn man den alten trecker den alten lkw sound sage auch lkw es hat zu machen jetzt mal dicht gefahren los befreien wir meinen bekannten hartz-IV dinge anmachen losfahren können es geht zurück mit einmal hinweg gefahren das haben wir gegen richtung anderen richtung verlassen wir die dieses dings halt den ort hier unsere strecke will wir sagen kleine geschwindigkeit und deswegen können wir nicht so schnell fahren weil ihr alles nebenbahn ist also ja so kann man auch machen irgendwie das ist irgendwie nebenbahn bezeichnet sich als nur eine nebenbahn dass man nur ein gleis es gibt doch teile die nur paar gleise hat bitte natürlich gepflichtet hupen warte mal ich habe grün wunderbar ja 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 er auch noch schlimmen klingelton guck mal was für anzeigen gibt wenn ich das mal kann irgendwie 8 17 19 nein leck mich doch so nachzug habe ich kann auch mal nach gleich mal nachgucken mal gucke ich mal nach das kommt man bei handbuch lesen dann hier zum beispiel weiß ich aber auch zwei ordner bitte dich wundern ja 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 immer das heißt ja wie klingelton ich wollte was gucken wenn nils ja hier habe ich ja immer drinnen ich das weiß oh wir rollen weg war aber egal falkas kannst du mal gas geben und zwar man geht hier unter was hat sie gewesen ich das weiß das ist derzeit ist das hier ja immer öffnen keine frage öffnen wir denn keine packungsbarlage auch für wir fahren hier sind die ganzen sachen drinnen ich das weiß halt das ist so viel zu schnell wir sind hier leider 20 dürfen wir fahren ok so eben so halt mal kurz kurz handbuch öffnen wo sehr viele listen hier alter warte mal pause drücken weil das ist aber größer hier wo steht da drinnen hier wo steht da eigentlich drinnen sagt nicht die strecke ist nicht geeignet dafür oder ist nicht ausgeschrieben wurden egal dann fahren wir einfach so oder gibt es noch einen ordner das weiß ich jetzt nicht ich kann mal gucken dass es noch einen ordner dafür gibt ich kann aber nichts äh zeigen irgendwie zack gib mal jetzt mal ein hier ja 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 ich wollte kurz gucken logo und so guck du halt nur ein handbuch ist vorhanden das heißt wir müssen damit jetzt mal klarkommen erhalte bekannte technik das hat sie ja gut dann habe mit meiner familie ein bisschen das gespielt aktuell ein bisschen stellen wir also abwechslung und wir müssen läuft hier geht es lang hier damals war so eine nebenbahn kann ich noch sehen ja war eine nebenbahn die war noch eingleisig heute gewesen heute abgerissen stehen legung und so und zu stehen gelegt machen wir kein studio und reaktivierung der kanonbahn meine stimme ist ein bisschen belegt kann nichts dazu aber es wird künftig noch ein bisschen was geändert also keine bange muss ja und leise drehen das spiel ausstückepegel runter senken weil der motor kacke ist etwa hier rüber auf eingleise hier erfahren aber ganz komplettes ich war die komplett strecke bald kommt freitag ja kann aber zeigen da da irgendwo geld gibt es dann habe ich den vierten auch genau diesen montag alle auf montag was ich willkommen egal egal jetzt haben wir auf dem tunnel gibt es auch fernlicht guckt man nach mit data aber besser sehen kann ohne fernlicht geht nicht das ist scheiße das ist miss kompletter mist vom bild blödsinn wenn ich fernlicht jetzt kann man fernlicht abschalten das ist der knopf hier gibt ja kann man was verändern da sind kleine lämmchen ok du bist du verrückt da hier die hörner da musst du drücken kein bahnübergang nicht wer verpflichtet kribbelwald museum bahn kein museums fahrzeug nicht der das sound von den lkw das ist lkw sound oder altes auto ich sage auch jetzt wieder ab den tunnel ja tunnel da dauert nicht so lange der kohle hier guck mal da hier geht der eingang hier also geht es hier weiter irgendwie und ich das weiß hier geht es ja hoch hier und gut ist aber die beschleunung betrifft ganz gut aber bremsen ist auch ganz gut aber als motor naja hoffe du fährst kann es fahren kann man anrufen kann man anrufen notriff absetzen gibt es nicht dunkel machen glücklicher lecklich kann ich das lenken dunkel machen geht nicht bei tsi kann ich das also oder kein fernlicht nicht ich muss hupen wir sind verpflichtet ist eine nebenbahnstrecke hier ist auch ein halt durchfahrt auch stehe gelegt weiß ich nicht schön ist auch die brücke hier warte mal da auf der schönen brücke da bild für macht es sieht schön aus auf der brücke das sieht geil aus aber wenn das heus weg gehen würde naja das ist herrlich das ist wunderschön das wird auch farben für das video doch 9 irgendwann 9 76 irgendwie kilometer bin wir da das rolle runter machen wir hier kann man hier runter machen oder hier zum beispiel hier ja man ist aber blöde pecker das ist ein wecker leute dieses ee ja ich hätte vergessen die modus umzustellen aber jetzt gegessen ich mach das nicht von vorne das ist mein leben kann noch mehr verkacken avance und basic ist zwei möglichkeiten ich das weiß verschiedene fahrzeuge besitzt sich bei dieser version damit könnt ihr umschalten die will jetzt hier 40 aber dann 60 60 genau 60 ein bisschen gas naja so muss das sein ja das ist ein schriller geräusch weil wir drücken tut das ist ein schrill wie der andere bei susi einmal melden dann ding ding ist auch ein wecker tunnel sind wir durchgefahren und jetzt geht es vielleicht auf es geht berg auf der gleiche marken glaube wir sind sanden können display machen und so bleibt aus es gibt nichts besonderes jetzt auch eine links hier ein thermomat ich glaube nicht das mal gucken ist ein streuer sehr wichtig muss man machen ab wintern oder allgemein dann haben wir hier führer statt schlicht wir haben tempomat tragen war 60 wirst du hey 50 kann ich fahren was soll wenn sie man geht die schnell die zeit hier rüber die zeit ist auch abwechslung irgendwie das zu fahren weil sie über dem zug gerne fahrer ob das einmal liebiges triebwagen ist das kann ich leider nicht sagen weil ich muss erst mal paar runden mitgefahren sein oder anderen dingen waren jetzt überfahren war aber gar nicht gesetzt ist ein bisschen anstrengend wenn man darauf gut rückt aber egal schafft das nicht ausgeschrieben ist dann darf ich ja nicht verwenden oder nicht für die ziele ich dann weiß ziele sind wichtig für die schilderung ich das weiß oder gibt es ersatz konzept oder was bei irgendeiner scheiße passiert bezüglich jemand im arsch gehen als ehrlich ganz ehrlich muss das sein dann hoch mal fehler nur einzelleistung wird betrieben oder aber gespannt jetzt raus aus dem tunnel halle effekt glaube das ist typisch normal dass man im tunnel ist und dann halte effekt hat da stehen die ganzen traktoren oder transporter das transporter und anderen dingen die unser irgendwie machen können ich halte es an da kommt der guck auch kaputt liegen gemeißen guck mal wie die bremsen sind hier wenn ich zum beispiel dann halt dann halt dann wunderbar naja bisschen stand zeit hier gucken wir jetzt mal um warte leer ziehen aber hier das bleibt es dran weil das irgendwie gut finde da ist schon mal die brücke ich das weiß hier ist die brücke hier ist das komplette abteil hier hier wird schöne gebäude und so und hier geht es wahrscheinlich hier lang auch noch irgendwo hin auch ein bisschen was anderes ich da weiß Durch die brücke ist irgendwas hier gewesen so sieht das aus wenn man stehe gelegte bahnstrecken niedergelegt hat so sieht das aus das sollte eben so ein kreuz sein und so hier ist die führung ich das weiß die liegen die ganzen gleise hier und hier sollte damals hier gefasst gefahren sein also ich das weiß anderen dingen also wieder so wird bahnstechnik niedergerissen wie wir alles klar da ist das erfahrungsgebäude können wir auch gucken ist irgendwo marktplatz aha was haben wir denn da wir haben parkplätze wir haben parkplätze ich das weiß und was haben wir denn noch hier okay noch ein paar gegenstehen und anderen gar nicht langweilig wo dran ich roll weg los geht's weiter geht's ok kling klinge in der in den ritten real person scheiß passiert so die scheiße bremsen hier hier ist 60 mit über 60 ist auch erlacht ich bin bald da der letzte bahnhof ich das weiß der ist wahrscheinlich gegenüber gegenüber also irgendwo wissen wir fahren dass der halt ne das geht noch berg hoch ich das weiß guck mal nachher ja haben wir guck mal noch kleine stück hier und dann sind wir fertig für die folge ist eine schöne strecke muss sagen kann ihn empfehlen zu kaufen oder hat er schon gekauft ist auch nichts neues dabei und drücken oder jubb habe ich gemacht wie 40 folgt mich für apple und halb war 14 40 wer hat so an nicht drücken halt jetzt gucken jetzt geht es wirklich hoch es gibt auch eine tour davon einmal hoch einmal runter aber keine keine aufgaben sondern schnell spiel mitgeliefert das ist der halt kann drücken war scheiße ist bisschen ärgerlich meine meinung zum beispiel geschwindigkeit einhalten will der tut es aber nicht ist noch eine andere technik die wir haben anderen modell sollte versichten ich kann ja auch toll kann ranzoomen aber hier kann der reingehen hier der führerstand oder fahrgasraum auf gut zu sagen kann diese sitze allgemein und die aber beleuchtung schön finde aktuell wo ich mal gefahren bin haben gold kleine geschichte erzählen das war im oder dings gefahren sind nach pragel fahren wollten also brakel simpel mit nord westbahn gefahren heute fertig auch immer noch heute und da sind wir natürlich nach pragel und dann hin und zurück gefahren und so aber auch diese zug gesehen und so mit rampen und anderen dingen sind wir natürlich da und das ganze so und so das haben wir alles gemacht irgendwie irgendwie gut und abwechselnd gefallen das ist halt das haben wir auch angeguckt und so das ist aber da gemacht und so dann zweiter teil gewesen sind wo wir mit den intercity gefahren wollten und da war so ein scheiß passiert zum beispiel weise dass ich irgendwas mit ticket oder anderen dingen und dann sind fast sagen können wir in der city fahren oder ja können wir machen oder ich muss auf treppe sitzen und anderen dingen und dann auch gott was er raus geworden ist es war noch die zeiten der rt-reihe regiert ram ich das weiß war ja noch kind war noch die jugendliche mit circa elf oder zwölfe war ja schon mindestens irgendwie monat alt oder das angekündigt wurde anderlingen danach der schule zum beispiel weihnachten da dahin zu fahren und so haben wir uns sagen links ein ausflug gemacht also oder auch eingeladen irgendwie im zug und allgemein haben es auch durchgeführt und ja habe ich das auch durchgeführt auch schwimmen alles teilgenommen und anderen dingen man sieht ist schon viele jahre geworden wir sind angekommen leute ab da ist es jetzt stelle ich darum 19 siehst du doch das gibt ja noch hier soll jetzt keine einsteigen mehr weil das nicht ja weil sie ein bisschen schnellstab ich fahre dann dauert es das video irgendwie dann dauert das video ein bisschen ich habe ja nix habe nix vor das stelle ich jetzt um das sack angekommen keine zwang sind heute wir haben sie ein bisschen naja angekommen leute so angekommen wenn sie an neutral raus damit so leute wir sind angekommen und hat spaß gemacht und bis zum nächsten mal tschüss